Ja, hallo Leute, Wolfgang hier. Willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht wieder um ChatGPT und es gab ja vor kurzem ein Update, ich habe schon ein anderes Video dazu gemacht. Aber in diesem Video möchte ich nochmal ein bisschen spezieller auf diese neue Funktion der eigenen GPTs eingehen. Wir können also nicht nur den Standard ChatGPT verwenden und den mit Customer Instructions ein bisschen anpassen, sondern wir können jetzt eigene Vorgaben anlegen, eigene GPTs für verschiedene Anwendungsfälle. Und das schauen wir uns jetzt nach dem Intro an. Okay, ich gehe auch mal direkt auf meinen Bildschirm, denn das muss ich euch natürlich hier zeigen. Das ist ja die neue Oberfläche, das sieht man momentan nur als ChatGPT Plus oder Enterprise User, also der normale kostenfreie Account, der sieht das hier jetzt nicht. Wir haben jetzt hier eine neue Ansicht, wir haben diesen Explore-Button. Wenn wir da mal draufklicken, landen wir hier in diesem Bereich My GPTs, beziehungsweise wir finden hier auch die GPTs, die von OpenAI schon mitgeliefert worden sind. Der Plan dahinter ist, dass es wohl irgendwann mal hier so eine Art Store geben wird, wo man auch GPTs von anderen nutzen kann, vielleicht auch sogar kostenpflichtig irgendwann, dass man eigene sogar auch verkaufen kann. Aber wir können jetzt halt eigene GPTs hier erstellen. Und du siehst, ich habe ja schon ein bisschen experimentiert, ich habe ja schon ein paar erstellt. Aber was ist jetzt eigentlich der Sinn der Sache und wie kann man das anwenden? Du kennst ja schon die Custom Instructions wahrscheinlich, die man hier findet, beziehungsweise bei mir heißt es jetzt hier benutzerdefinierte Anweisungen. Damit konnten wir ja schon länger ChatGPT gewisse Vorgaben geben. Wir konnten ihm Informationen geben, zum Beispiel wer wir sind, was wir tun, wer ist die Zielgruppe von dem, was wir machen und so weiter. Wir konnten aber auch sagen, wie er antworten soll, also in welchem Tonfall. Locker, freundlich oder formell, höflich und so weiter. Da konnte man ja sehr viel reinschreiben und das hat dafür gesorgt, dass der Output, den ChatGPT generiert, ja in unserem Stil ist oder in dem Stil, den wir eben wollen. Und wenn man das jetzt nur alleine nutzt, dann ist es ja eigentlich auch okay. Das reicht meistens aus. Wir konnten das ja auch ausschalten für bestimmte Chats oder auch wieder einschalten. Aber wenn du jetzt bestimmte Anwendungsfälle hast, wo du vielleicht den Tonfall mal variieren willst, weil du vielleicht nicht nur für dich selber Texte schreibst, sondern vielleicht auch für Kundenprojekte oder Freunde oder was auch immer, dann musstest du mal hergehen und per Copy und Paste diese Custom Instructions ändern. Da kenne ich einige Leute, die sich eine richtige Bibliothek angelegt haben und je nach Anwendungsfall, für wen sie jetzt eben Texte schreiben, wird dann was anderes reinkopiert. Und das kann man jetzt eben sehr genial oder sehr einfach mit diesen eigenen GPTs erstellen, denn wir können hier auch solche Instructions hinterlegen für jeden GPT sozusagen. Das wäre ein Anwendungsfall. Das andere ist, wenn du oft wiederkehrende Aufgaben hast, wenn du den gleichen Prompt immer wieder nutzen willst, musste man in der Regel auch so vorgehen, dass man sich vielleicht eine Bibliothek angelegt hat, wo man dann per Copy und Paste das immer reingepostet hat. Auch das kann man jetzt eben hier sehr viel einfacher machen. Und ich möchte jetzt mal ein Beispiel zeigen. Und zwar, ich habe hier bei mir in meinem Evernote diverse Prompts jetzt schon gespeichert, die ich sehr häufig nutze. Und ein Prompt ist zum Beispiel ein Promo-Post oder Werbepostings für meinen TYPO3 Newsletter. Das haue ich zwei, drei Mal im Monat bei ChatGPT rein, lasse mir da ein paar Social Media Posts generieren, um meinen TYPO3 Newsletter eben zu promoten auf Social Media. Ja, das wäre eigentlich dieser Prompt hier. Ich sage hier also sehr genau, was ich will, um was es geht, wer ist die Zielgruppe, was soll gemacht werden. Und den Prompt kann ich in der Regel einfach so reinkopieren und dann kommt da was Gutes bei raus. Der hat sich auch im Laufe der Zeit entwickelt. Der war nicht immer so lang, sondern den ergänze ich immer wieder mal. Und den würde ich mir jetzt einfach mal hier kopieren schon, also in die Zwischenablage, und gehe jetzt hier wieder rein und lege jetzt mal einen neuen GPT an. Und wir haben jetzt hier mehrere Möglichkeiten. Wir sehen hier oben Create und Configure. Bei Create können wir uns ein bisschen interaktiv durch die Erstellung so eines GPTs durchhangeln. Wir können hier also sagen, was wir machen wollen. Wir können aber auch hier auf Configure gehen und hier einfach diese Instructions direkt reinschreiben. Das geht auch und wenn man weiß, was man will, dann ist das auch in Ordnung. Rechts haben wir so einen Preview-Bereich. Wir können also, sobald wir hier irgendwas eingegeben haben, hier auch testen, was dabei rauskommt. Und ich würde jetzt gerne einen Newsletter-Promo-GPT machen. Nenne ich jetzt auch einfach mal Newsletter-Promo. Social oder, nee, Promotion für meinen TYPO3-Newsletter. So, und jetzt haben wir hier diesen Instructions-Bereich. Und da kopiere ich mir das jetzt hier einfach rein. Das, was ich mir aus meinen Notizen geholt habe. Ich könnte das hier jederzeit auch noch anpassen und verändern. Das geht auch nachträglich noch. Dann können wir hier sogenannte Conversion-Starters anlegen. Das sind diese Felder, diese Befehle, die man hier oberhalb dieses Eingabefensters später sieht. Einer könnte zum Beispiel sein, schreibe mir die Social-Media-Beiträge. Oder generiere mir passende Bilder, zum Beispiel. Dann können wir hier noch Dateien hochladen. Das ist natürlich auch sehr cool, wenn du jetzt gewisse Fakten noch mitteilen willst, gewisse Daten. Dann kannst du hier PDF-Dokumente, Textdokumente, Wortdokumente zum Beispiel hochladen, wo nochmal weitere Informationen drinstehen. Wenn du jetzt zum Beispiel für einen Kunden Texte schreiben willst, dann könntest du hier eine Datei hochladen, wo vielleicht noch sehr viel mehr Informationen über den Kunden sind. Was macht der? Wo sind die? Was sind die Kunden? Was ist die Zielgruppe? Was verkaufen die? Du weißt, was ich meine. Je mehr Informationen wir Chat-GPT geben, desto besser. Und das kann eben auch jetzt in Dateiform sein. Dann können wir hier die Fähigkeiten aktivieren. Web-Browsing und DALI-Image-Generation würde ich jetzt in dem Fall hier aktiv lassen. Code-Interpreter muss man nicht unbedingt jetzt hier nutzen. Und diese Actions, da muss ich ehrlich sagen, da steige ich noch nicht ganz durch, wie man das nutzen kann. Da kann man wohl dann auch Daten von externen Tools noch irgendwie dazu holen. Aber damit habe ich mich immer noch nicht beschäftigen können. Da muss ich mal gucken, ob ich da vielleicht in der Zukunft noch irgendwas dazu machen kann. So, wir können natürlich auch ein Bild generieren lassen hier oben. Und da können wir entweder ein Bild hochladen oder wir können direkt DALI nutzen, das dann basierend auf dem, was wir hier so eingegeben haben, ein Bild generiert. Und wir gucken einfach mal, was jetzt dabei rauskommt, ob das taugt oder nicht. So, jetzt hat er ein Bild generiert. Ja, ist jetzt nicht so passend, aber egal. Das könnte man ja auch zur Not nochmal ersetzen oder neu generieren lassen. Jetzt können wir das Ganze hier rechts mal testen. Ich kann jetzt hier mal auf Schreibe mit den Social Media Beiträgen klicken. Und dann gucken wir mal, was passiert. Er fängt mit Instagram an. Das hatte ich glaube auch hier ja in der Reihenfolge geschrieben. Genau, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, Mastodon. Mal gucken, was dabei rauskommt. Und das sieht ganz gut aus soweit. Er nutzt hier auch schön Emojis und Icons bei Instagram. Gut, den Link, da muss man natürlich gucken. Da würde ich bei Instagram eher sowas wie LinkedIn Bio dann schreiben oder so. Aber dann geht es weiter mit Facebook. Jetzt hängt er hier gerade wieder mal ein bisschen. Das hat er in letzter Zeit oft. Was mir auffällt, er schreibt jetzt hier immer wir. Ich hatte eigentlich in meiner Custom Instruction, beziehungsweise hier in dieser Angabe auch drin, dass er in der Ich-Form schreiben soll. Das funktioniert irgendwie in letzter Zeit manchmal nicht. Das ist nicht das erste Mal hier. Aber gut, das kann man zur Not noch korrigieren natürlich. Jetzt hat er sich hier aufgehängt. Ich kann jetzt hier auf Weiter generieren klicken. Aber so sieht das eigentlich schon ganz gut aus. Das könnte ich so lassen. Los, warum er das mit diesem Wir, beziehungsweise hier mit der Ich-Form nicht macht. Ich schreibe in der Ich-Form, in der ersten Person, vielleicht so. Dann sehen wir, sobald ich hier was verändere, raut das hier aus und ich kann hier nochmal testen. Also starte ich das Ganze doch einfach nochmal. Mal gucken, was jetzt rauskommt. Mit meinem. Ja, jetzt macht das richtig. Okay, komisch. Wie gesagt, manchmal funktioniert das zur Zeit nicht so ganz. Aber ist egal. Wir müssen die Texte in der Regel sowieso noch korrigieren. Gut, ich breche das mal ab und kann das Ganze dann auch speichern, wenn ich mit dem Ergebnis zufrieden bin. Dann können wir oben auf Save klicken. Und jetzt kann ich ja hier drei Optionen auswählen. Einmal, ich kann das Ganze nur für mich speichern. Das ist nur in meinem Account zur Verfügung. Dann Only People with a Link. Das heißt, ich könnte einen Link zu diesem Newsletter Promo GPT an andere weitergeben. Die brauchen allerdings auch ein Plus-Abo, soweit ich weiß. Oder ich könnte das Ganze public machen. Dann würde das irgendwann in diesem Store, das sehen wir auch jetzt in diesem Tooltip hier, Coming Soon, erscheinen. Ich mache das jetzt mal Only Me und bestätige das Ganze. Und dann sollte er das jetzt abspeichern. Hat er auch. Und das taucht jetzt hier links in dieser Leiste auf. Und ich bin jetzt auch hier direkt drin und könnte mir jetzt hier eben die Beiträge generieren lassen, beziehungsweise dann darauf natürlich aufbauen auch wieder. Mir zum Beispiel auch eine E-Mail dann schreiben lassen und so weiter. Wir können auch hier, wenn wir bei diesen GPTs in der linken Leiste auf die drei Punkte klicken, GPTs aus der Seitenleiste hier ausblenden. Die sind dann natürlich noch hier bei Explore zu sehen, beziehungsweise wenn man hier unten auf My GPTs geht, da sind die natürlich da. Aber vielleicht hat man irgendwann sehr viele und will die gar nicht alle hier in der Seitenleiste haben. Dann kann man das einfach hier ausblenden. Ja, und du kannst dir vorstellen, wenn wir jetzt gerade nochmal hier reingehen, Moment, das ist hier bei Explore, dass du hier natürlich für verschiedene Projekte, für verschiedene Zielgruppen, für verschiedene Kunden vielleicht auch eigene GPTs erstellen kannst, denen du ganz spezielles Wissen mitgibst, die einen eigenen Stil haben, wie sie die Texte dann schreiben oder auch verschiedene Fähigkeiten aktivierst. Vielleicht brauchst du bei dem einen noch diesen Code Interpreter, um irgendwas zu generieren an Dateien oder so. Und das ist schon sehr cool. Ich bin selber noch dabei, mich da ein bisschen einzuarbeiten. Und es ist ja ein brandneues Feature. Das gibt es ja jetzt erst seit wenigen Tagen im Prinzip. Und ich finde es aber sehr cool, weil das wird mir definitiv einiges an Arbeit wieder abnehmen, denke ich, beziehungsweise mir noch mehr Zeit einsparen, weil ich dann auch nicht mehr Copy-Pasten muss aus Evernote oder aus anderen Tools, sondern ich habe es halt alles hier ganz klicken und mit zwei Klicks starte ich dann die Generierung von irgendwelchen Texten, Social-Media-Beiträgen, was auch immer. Ja, schau dir das gerne mal an. Ich hoffe, dieses Video hat dir jetzt auch gefallen. Und wenn ja, dann gib auf jeden Fall einen Daumen hoch und abonniere den Kanal, aktiviere die Glocke. Du kennst die ganzen Sprüche. Und dann sehen wir uns hoffentlich in einem zukünftigen Video. Schreib auch gerne in die Kommentare, ob du das schon nutzt, dieses Feature, wie du es nutzt und was du dir vielleicht auch für Videos auf diesem Kanal hier wünschst. Also lass gerne mal ein paar Themenvorschläge. Was interessiert dich? Über was soll ich hier Videos machen? Eventuell kann ich dir da ein bisschen entgegenkommen. Also mach's gut. Bis dann.